Moor in Si, das stärkste Anti-Aging-Getränk Moor in Si ist der fermentierte Saft einer Frucht, namens Nuni. Diese Frucht verbreitete sich von Australien bis zu den Inseln des Indischen Ozeans. Polynesische Stammesheiler verwenden es seit 2000 Jahren zur Behandlung von Fieber, Entzündungen, Durchfall, Verstopfung, Tierbissen, Insektenstichen und vielen anderen Beschwerden. Wie schon oft zuvor wurden populäre Beobachtungen durch die jüngste Forschung bestätigt. Eine seiner interessantesten und wenig bekannten Eigenschaften ist, dass es zu 70% so schmerzlindernd wie Morphium ist, aber nicht süchtig macht. Nuni ist die Heilpflanze mit der stärksten Anti-Aging-Wirkung. Es ist eine große Hilfe für diejenigen, die eine schädliche Gewohnheit aufgeben wollen, weil es die Entzugserscheinungen reduziert. Es aktiviert die Zirbeldrüse, reguliert das Hormonsystem und regt die Produktion des Glückshormons an. Es hilft bei Depressionen und hat eine stark stresslindernde Wirkung. Es reguliert den Schlafzyklus und die Menstruation bei Frauen.